ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja das soll nur ein kurzes kleines knappes video zwischendurch werden das war eigentlich auch wieder überhaupt nicht geplant und zwar habe ich auch gesehen jetzt schon vor einer woche wollte ich eigentlich schon machen aber wie gesagt zeittechnisch wieder nicht geschafft ich habe jetzt ein paar andere videos vorgedreht abgedreht aber das wollte ich jetzt mal so zwischendurch raushauen und zwar sehr dafür mit adam driver 65 oder 65 rausgekommen da habe ich euch ja schon in update die zeit ich habe wie man sie auch sieht noch nicht schafft zu gucken werde ich mir jetzt auch um den jetzt rein ziehen da geht auch glaube ich nicht so lange 93 minuten kann man weggucken und zwar habe ich jetzt sehen dass der film auch schon mittlerweile out of print ist das ja hier noch von sony und ja das ist wahrscheinlich deswegen also das auf jeden fall deswegen out of print war ja die neue welle dann von play und kommt also wir wissen ja sony stellt den vertrieb ein bzw ist da ist er jetzt glaube ich schon eingestellt und play und pictures übernimmt ja den vertrieb ehemalig kochmedia kochfilms hießen ja als kochmedia dann kochfilms jetzt play und pictures die übernehmen ja den vertrieb in deutschland sonst wären die sony filme quasi wir würden die halt nicht mehr rauskommt das wird ja auch damit die disney filme sein die werden ja dann durch leonine vertrieben ja das heißt wir haben in deutschland nur noch ein großes studio was ihre sachen selber ausbringt das ist universal das sind die einzigen die noch selber sachen rausbringen ob es warner ist ob es paramount ist die bringen ja auch die vertreiben ja auch die filme durch universal auch constantin film vertreibt durch universal also sony jetzt durch play und disney durch leonine das heißt wir haben wirklich nur noch ein großes studio die die filme selber vertreiben ja ich habe gesehen wie sagt der ist out of print und wollte ich mal eine anregung geben also ich habe wirklich bei amazon ist er weg und bei blu red das ist er nirgendwo bestellbar außer bei jbc da habe ich aber gesehen nachdruck ab oktober das ist das was ich wahrscheinlich oder was ich mir denke das play und noch mal nachdruck macht ob das jetzt ob es da jetzt veränderungen gibt kann ich euch jetzt nicht sagen zu dieser vö aber was ich sagen kann zum beispiel der neue insidious der glaube ich oktober kommt da sieht man bei die ersten produktbilder schon steht hier wende cover ohne ohne also mit wende cover ohne fsk logo das heißt ja play und hat doch schon bezug auf die veröffentlichung weil die bringen ja die dann raus das heißt ja bei ja sony hat ja keine wende kaum macht die haben ja damals mal da gab es ja immer wende cover irgendwann haben sie das ja auch eingestellt ist schon ewig ja wo es wenn die cover bei den gab das heißt auch es gibt schon auswirkungen zum beispiel kam jetzt sie so raus ja das ist so was ist es direkte kriegsfilm von sony da ist auch noch von sony gewesen deswegen ist da kein wende cover aber der film ist wieder nirgends zu bekommen ja das ist wirklich wahnsinn dass wir auch jetzt ein mann namens otto das ist auch schon so ding ich habe mir den jetzt noch bestellt das ist auch so also dem wird es nicht mal lange geben wer den noch wirklich haben will genauso wie pops exorzist kauften euch also da gibt dann was ich 15 16 euro aus sonst also da wird auf jeden fall noch eine welle kommen ja aber die ganzen sony weiß nicht was los ist ob es jetzt 65 ist ob es jetzt popes exorzist ist ob es jetzt mann namens otto bekommt die filme nirgends so im laden selbst bei amazon 65 ist schon weg also man bekommt ihn wirklich nicht mehr da war auch relativ gut also ich habe den bei vielen kanälen auch auf updates sie sehen also der wurde wirklich gut gekauft in deutschland ist man ja auch auf den 4k trip komplett weg von sony ich meine es gab dieses jahr könnt ihr aber schätzen wie viele 4k filme sony rausgebracht hat in deutschland genau null es gab nicht einen film der letzte film den sony in 4k rausgebracht hat war bullet train ein super film aber echt schade man hat das letztes jahr schon gemerkt sony hat ja gesagt ja wir bringen nur 400 katalog titel also führen wir weiter da hat man schon gemerkt irgendwas stimmt da nicht und jetzt hat man merkt ja sony hat den vertrieb in deutschland eingestellt nur in deutschland ihr könnt in spanien frankreich italien da wird alles geht alles weiter weil das sind die blure käufe super ja das ist nun deutschland läuft super schlecht die blure käufe obwohl ich ehrlich gedacht habe dass wir so vielleicht zweite dritte stelle sind mit verkäufen also hätte ich jetzt gedacht aber anscheinend nicht also spanien da kommt irgendwie alles ich meine man hat sie auch schon letztes jahr oder dieses jahr sind so wie der woman king da gab es ja nur in deutschland auf dvd gab es in italien frankreich und spanien mit deutschen ton auf der 4k auch auf der blu-ray time old acht junger warum es gab auch immer mal ältere filme ich weiß was du letzten sommer getan ist der auch eine deutsche ton spur hatte oder auch die karate kit teile es gab so eine box mit allen drei teilen so ist es sogar das deutsche fsk logo drauf auf der italienischen version ich bin nicht sicher auf eine ist deutschen ton also auf der italienischen aber ich glaube auf der französischen nicht aber da ist sogar dieses deutsche fsk logo drauf ja und warum hatte man das in deutschland nicht bringen können also ich verstehe es nicht ist es traurig aber man kann es nicht ändern außer sich aufzuregen meckern ja wie gesagt mehr bleibt mir nichts zu sagen es kommt nachdruck werden nicht verpasst guckt mal nach irgendwo im laden aber online habe ich schon geguckt bei müller oder bei saturn mediamarkt nicht mehr zu bekommen den film also wenn ihr noch irgendwas anders von die sony filme wie sagt sie so das auch so kommt also ich habe mal guckt das auch fast fast nirgendswo da bei amazon da war gar nicht reingekommen da war auch die ganzen tage derzeit nicht verfügbar jetzt steht ein bis zwei monate also warum die jetzt so gefragt sind die filme das sind nur keine riesengroßen blockbuster also wir kommen es kommt ja noch ein spider-man der kommt zum beispiel in 4k ist das dann genauso also dass man da überhaupt eine chance hat die zu bekommen also wahnsinn da muss wohl so eine geringe auflage nur sein dass also hätte ich jetzt echt nicht gedacht dass da so ein interesse ist bei die filme weil das sind wie gesagt keine riesen film ein mann namens otto 65 popes exorzist das sind normale filme also da muss wirklich die auflage so gering gewesen sein und ja wie gesagt schreibt mir eure gedanken und rein habt ihr den film noch bekommen die meisten haben den ja bekommen und ich gucke mir dann mal an ich werde dazu neueres mal in ein zuletzt gesehen sagen über den film dann ich habe da ja auch schon mit ein paar geguckt aber video habe ich noch nicht geschafft werde ich jetzt mal dann wenn ich die tage mal schafft aufnehmen und ja dann würde ich sagen bedanke ich mich für zusehen dafür wir sehen uns im nächsten video bis dann und ciao